Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Reflex Rhetorik Verkaufstraining to go. Mein Name ist Thomas Bautin und ich habe dir heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Die Überschrift lautet Elevator Pitch überzeugen in 30 Sekunden. Der Elevator Pitch, das ist eine Anspracheform, um in kürzester Zeit deine Kunden so zu begeistern, dass sie mehr wissen wollen. Und ich gebe dir in dieser Folge mal eine Formel an die Hand, wie du dir deinen Elevator Pitch zusammenbasteln kannst. Dafür habe ich für dich auch wieder eine Checkliste erstellt. Auf einer Seite alles komprimiert drauf, die Zutaten für den Elevator Pitch und ein Beispiel. Alles was im Vertrieb nicht auf eine Seite passt, glaube ich, einfach ist auch zu kompliziert. Und du kannst dir den wieder runterladen. Ich schicke dir den direkt zu, wenn du ein Newsletter Abonnent bist. Kannst du den direkt aus der Mail runterladen. Wenn du noch kein Newsletter Abonnent bist, erstens schäm dich. Zweitens, hol es nach unter bortin.de slash Newsletter. Ne, Newsletter. Ja, da siehst du mal schon, wie lange ich in Franken wohne. Ja, hab das T schon durch das D ersetzt. Newsletter. Aber es heißt Newsletter. Ja, für alle Franken da draußen. Newsletter. Doppel T. Ne, da kannst du den Newsletter, jetzt hab ich's aber auch völlig versaut, den Newsletter abonnieren. Sowas muss man nur oft genug sagen, dann kommt man voll aus dem Konzept, oder? Das Schöne ist, wenn du dann den neu abonniert hast, dann kommst du direkt auf eine Seite, wo du wirklich auch alle Checklisten aus den vergangenen Episoden runterladen kannst. Und dann hast du so eine schöne Begleitbroschüre zu diesem Podcast. Also, ich find's gut und deswegen hab ich das für dich gemacht. Und wenn du's auch gut finden willst, dann gib dir die Chance, das anzugucken. Werd Newsletter Abonnent. Und bevor wir anfangen, Freunde, ich möchte mich nochmal bei vier Kollegen bedanken, die mich in letzter Zeit mit dem Podcast bewertet haben. Alle mit fünf Sternen, zum Beispiel Holger Kuhlmann schreibt, kleine Kniffe, ganz groß, e2do, edv-Support, Essen schreibt, toller Podcast, mega informativ, motiviert zum Durchstarten. Jan Sing schreibt, Geheimtipp und Racel Gino schreibt, angenehm und kurzweilig. Freunde, vielen Dank für die Bewertung und damit wir die Zeit von euch nicht verschwenden, steigen wir mal direkt ein. Und ich will dir mal am Anfang erklären, was kein Elevator Pitch ist. Und ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Dirty Dancing. Vielleicht stöhnt der ein oder andere jetzt im Auto auf und sagt, das würde mir wahrscheinlich genauso gehen. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Immer muss ich zugeben, relativ unfreiwillig. Trotzdem hat's dazu geführt, dass ich ihn fast auswendig kann. Und ich meine eine ganz bestimmte Szene. Und zwar, ich glaub, die Hauptdarstellerin heißt Carrie. Und sie kommt zu einer Party, wo die coolen Kids abhängen und trägt eine Wassermelone. Und dann wird sie von ihrem Schwarm angesprochen, dem Patrick Swayze. Und er sagt zu ihr, was machst du denn hier? Und sie antwortet, ich trage eine Wassermelone. Ja, und das ist natürlich nicht dazu angetan, dass der vor erotischen Gefühlen auf die Knie fällt und sofort, weißt schon. Das ist dazu angetan, dass sie sich in kürzester Zeit zum Vollhorst gemacht hat. Weil das ist kein Elevator-Pitch. Und es gibt ja, das sagt ja auch der Volksmund, keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und deswegen ist es wichtig, wirklich Vorbereitungen da reinzustecken, wie man sich im ersten Eindruck präsentieren will. Jetzt kann die gute Carrie nichts dafür, die wurde so ein bisschen überrascht. Wenn du überrascht bist, wenn du beim Kunden stehst, dann weißt du, dass du dich nicht richtig vorbereitet hast. Was ein besserer Elevator-Pitch ist, das können wir von dem Schauspieler Götz Otto lernen. Ich kenne die Geschichte nur vom Lesen. Ich war nicht dabei. Man erzählt sich, dass er seinerzeit den Bösewicht in dem James-Bond-Film spielen wollte. und dann rübergeflogen ist in die USA, um sich beim Produzenten vorzustellen. Und dafür hat er sich extra eine Glatze rasieren lassen. Und jetzt steht er also da vor der Tür von diesem Produzenten, tritt ein. Und jetzt sitzt aber nicht der Produzent in dem Sessel, sondern es sitzt seine Tochter da, die gerade telefoniert. Dann nimmt sie so den Hörer runter, hält die Muschel zu und sagt zu ihm auf Englisch, sie haben 20 Sekunden. Und darauf haut der Otto einen Spruch raus, was wirklich ein richtig guter Elevator-Pitch ist. Er sagt, I'm big, I'm bold, I'm bad. And I'm German. That's five seconds, keep the rest. Ja, ich bin groß, ich hab eine Glatze, ich bin böse und ich bin deutsch, das sind fünf Sekunden, behalte den Rest. Und ja, der Rest ist Geschichte. Er hat dann tatsächlich die Rolle von dem Stamper gekriegt, an der Seite, oder gegen, Pierce Brosnan könnte man sagen, in dem Film, der Morgen stirbt nie. Und das ist nicht durch Zufall passiert, sondern das war ein Elevator-Pitch, der es in sich hatte. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Lass uns vielleicht erstmal klären, so, damit wir alle uns so ein bisschen aufschlauen, wer es nicht weiß, was ist ein Elevator-Pitch? Elevator-Pitch ist eine Kurzpräsentation, die darüber entscheidet, ob du die Chance erhältst, dein Produkt oder deine Dienstleistung näher zu erklären oder eben nicht. Und warum diese Kurzpräsentation Elevator-Pitch heißt, hat eine historische Bedeutung. Elevator steht ja für Fahrstuhl und Pitch für Kurzpräsentation. Und du kannst dir das, ich entfühle dich einfach mal in so eine Situation, stell dir vor, New York 1985, du stehst gerade im Fahrstuhl auf dem Weg zu deinem Arbeitsplatz im 42. Stock des Empire State Buildings, hast eine Minute 30 Zeit und da kommt dir plötzlich die Idee, du erfindest gerade in deinem Kopf das schnurlose Telefon. Die Fahrstuhltüren gehen auf, du eilst in deinem Büro, machst tausend Pläne und Umsetzungsideen und nach 14 Tagen harter Arbeit bist du soweit, dass du deine Idee vorstellen kannst, rennst ganz aufgeregt rüber zu deinem Chef, dem Leiter der Forschungsentwicklungsabteilung und stellst ihm diesen Quantensprung der Telekommunikationsbranche vor und der Typ peilt es nicht, weil er nur von der Tapete bis zur Wand denkt und lehnt deinen Vorschlag ab. Und da könnte man jetzt sagen, dumm gelaufen, aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende, wir basteln uns jetzt mal ein Happy End in Form eines Elevator Pitches. Stell dir vor, am nächsten Tag bist du ein bisschen deprimiert, aber steigst wieder in den Fahrstuhl, weil du einfach loyal und fleißig bist und mit dir steigt diesmal der Finanzvorstand ein. Und das ist jetzt deine Chance. Du hast genau eine Minute 30 Sekunden Zeit, bis die Türen im 42. Stock wieder aufgehen und die Zeit muss ausreichen, um den Finanzvorstand deine Idee zu verkaufen. Und jetzt darfst du halt nicht rumstottern so nach dem Motto, ich trage eine Wassermelone, sondern jetzt ist der Götz Otto in dir gefragt. Und wenn du das alles richtig gemacht hast, dann kriegst du ein Gefühl dafür, was ein Elevator Pitch ist. Und so ist es auch gewesen mit vielen Verkäufern, die seinerzeit vor Erfindung des Handys die Zeit genutzt haben, um Entscheider im Fahrstuhl anzusprechen und für ihr Produkt zu begeistern. Und diese kleine Geschichte zeigt dir, um was es geht bei diesem Elevator Pitch. Du musst einem Unbekannten in sehr kurzer Zeit so weit für dein Produkt oder deine Ideen begeistern, dass er mehr hören möchte. Und wir gucken uns das Ganze mal an, wie das jetzt funktioniert und basteln uns mal so ein bisschen die Grundzutaten eines Elevator Pitches zusammen. Vielleicht gucken wir nochmal auf das Zitat von dem Götz Otto zurück. Götz Otto, wollte ich sagen, zurück. Und er sagte, ich bin böse, hab eine Glatze und bin groß und bin deutsch. Und was er hier in einem Satz so einfach aussehen lässt, hat vertrieblichen Tiefgang. Denn die Herausforderung besteht in Wirklichkeit darin, die wirklich wichtigen Dinge auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und Goethe sollte einst mal in einem Briefwechsel Folgendes geschrieben haben. Ich schreibe dir diesen langen Brief, weil ich keine Zeit hatte, einen kurzen zu schreiben. Und das zeigt deutlich, wie wichtig eine gute Vorbereitung ist, ganz besonders beim Elevator Pitch. Otto hat sich in den Entscheider hineinversetzt, könnte man sagen, und durch seine Präsentation genau das auf den Punkt gebracht, was die Produzenten bei der Besetzung eines Bösewichtes gesucht haben. Und wir gucken uns mal an, was sind eigentlich die wichtigsten Zutaten für deinen Elevator Pitch. Und ich will dir erstmal so eine handwerkliche Variation an die Hand geben. Kreativer kannst du hinterher immer noch werden, aber ich glaube, es gilt erstmal wirklich die Grundpfeiler festzulegen von so einem Elevator Pitch. Ob dein Elevator Pitch gut ist oder nicht, das hängt nämlich davon ab, ob du deinen Gegenüber bei seinen Problemen, bei seinen Wünschen und bei seinen Zielen abholen kannst, ob du ihm Nutzen aufzeigen kannst und ob dieser Nutzen interessanter ist als das, was die Konkurrenz verspricht. Und deswegen sollte dein Elevator Pitch sechs Zutaten enthalten. Und ich gehe sie mal kurz mit dir durch. Als erstes musst du den Elevator Pitch immer individuell auf deinen Ansprechpartner zuschneidern und musst das auch entsprechend erwähnen. Du musst den Bedarf oder die Motive von deinem Ansprechpartner mit reinpacken. Du musst deine Lösung natürlich vorstellen. Du musst das Ganze in Nutzen übersetzen als Punkt vier. Fünftens, du musst dich gegenüber der Konkurrenz abgrenzen. Und sechstens, das ganze Ding darf nicht einfach so in der Luft hängen. Es muss zum Schluss eine Handlungsaufforderung kommen oder ein Call to Action. Und auf diese sechs Zutaten kannst du zurückgreifen, wenn du deinen eigenen Elevator Pitch zusammenbastelst. Und wie gesagt, ich habe dir dafür eine Checkliste gemacht. Da stehen entsprechend auch die einzelnen Punkte drauf. Kannst du nochmal ganz in Ruhe zu durchgehen. Ich will dir jetzt aber auch mal ein Beispiel geben, wie sich das anhören kann. Und zwar musst du diese sechs Punkte einfach nur in einer Reihe hintereinander setzen. Und dann hast du einen handwerklich gut gemachten Elevator Pitch. Und ich entführe dich mal ganz kurz in die Welt der Werbeartikel. Stell dir mal vor, du vertickst Werbeartikel und willst verkaufen an einen Akustiker. Willst also an jemanden verkaufen, der anderen Leuten Hörgeräte verkauft, der dazu vielleicht Vorträge macht in Altenheimen, Schulen und so weiter. Und jetzt fragst du dich, okay, wie muss ich eigentlich die Erstansprache gestalten für den Akustiker, damit der nach Möglichkeit sagt, Mensch, davon möchte ich mehr hören. Und das ist ja typischerweise der Elevator Pitch und ich habe den jetzt mal zusammengefasst. Den findest du auch auf der Checkliste. Das würde sich dann so anhören und das sind jetzt wirklich echt nur stumpf die sechs Zutaten aneinandergereiht. Die ergeben dann einen handwerklich guten Elevator Pitch. Das hört sich dann so an. Für Akustiker wie sie, die sich zunehmend mit Konkurrenz durch Billigversender auseinandersetzen müssen, bieten wir Erinnerungsanker an, mit denen sie nach Vorträgen in Altenheimen, Krankenhäusern oder Schulen noch viel länger im Gedächtnis ihrer zukünftigen Kunden bleiben, als vielleicht ihr Wettbewerber. Und anders als der Wettbewerb sind unsere Produkte nicht im Handel erhältlich und nur von Unternehmern, Gewerbetreibenden und Freiberuflern zu erwerben. Und wenn sie möchten, kann ich ihnen mal zeigen, mit welchen Ideen der Konkurrenten von ihnen, also anderer Akustiker unterwegs waren und welche sie für sich genutzt haben. Allerdings nur, wenn das tatsächlich interessant für sie ist. Wie sieht es aus? So, das ist jetzt ein Elevator Pitch, der, ich gebe zu, der jetzt nicht wahnsinnig kreativ ist, aber er hat alle Zutaten, die du brauchst, um wirklich einen handwerklich soliden Elevator Pitch rüberzubringen. Da ist alles drin und das Ding macht neugierig. Und es liegt jetzt an dir natürlich für dich selber, auch so eine kleine Kurzpräsentation auszuarbeiten. Und mein Tipp an der Stelle, ich würde tatsächlich erstmal mit dieser Grundversion anfangen. Du wirst merken beim Ausformulieren, dass es ganz schön schwierig ist, seine eigene Positionierung auf den Punkt zu bringen. Und das musst du ja auch immer an die Zielgruppen, die unterschiedlichen, die du hast, anpassen. Wenn du das mal hast, dann kannst du immer noch kreativer werden. Also ich würde mal sagen, dass der Götz Otto, wenn der jetzt mit so einem, ja, mit so einem handwerklich sauberen Elevator Pitch da reingekommen wäre zum Produzenten, ja, und hätte den brav aufgesagt. Ich glaube mal nicht, dass der, der hätte, ja, wahrscheinlich hätte der nicht mal, der hätte wahrscheinlich auf dem Flur gestanden, noch bevor er einmal 007 gesagt hätte. Einfach, weil das nicht zur Situation gepasst hätte. Aber wenn er mit diesem gleichen Elevator Pitch, den er genutzt hat, ne, ich bin deutsch und ich bin böse und so weiter, beim Finanzvorstand aufgeschlagen wäre, ja, da wären die Erfolgschancen wahrscheinlich nicht so wahnsinnig groß gewesen, ja. Welcher, wer bewirbt sich schon als Bösewicht beim Finanzvorstand, ja. Ja, naja, also so gesehen sagt niemals nie, jetzt habe ich schon wieder ein James-Bond-Zitat versteckt, hast du gemerkt, ja. Okay, Freunde, wir haben so viel über Filme gesprochen, oder? Ich denke, zieh dir die Checkliste rein, formuliere deinen eigenen Elevator Pitch und dann überlegst du, wie du da vielleicht noch eine Locke ranbringen kannst, damit es ein bisschen flüssiger, damit es ein bisschen kreativer und individueller wird, aber erst die grundlegende Arbeit und dann kannst du anfangen zu verbessern. Und weil wir so viel über die Filmwelt gesprochen haben, will ich auch mit einem Filmzitat enden und zwar aus dem Film Das Streben nach Glück mit Will Smith. Wenn du ihn gesehen hast, dann weißt du, irgendwann kommt er aus dem Knast frei, hat vorher sein Zimmer gestrichen und hat tatsächlich nur so ein vollgeschmiertes Unterhemd an und wird jetzt bei dieser Brokerfirma in das Vorstandszimmer geholt, wo alle Vorstände da sind, um ihm jetzt zu sagen, dass er seinen Job kriegt. Und der Vorstand sagt dann zu ihm, nachdem er ihn so ein bisschen konsterniert angeguckt hat, was würden sie sagen, wenn ein Typ hier auftaucht, nur mit einem Unterhemd bekleidet, mit zerzausten Haaren und ich würde diesem Typen auch noch einen Job geben. Und darauf antwortet Smith dann, also ich würde sagen, der Typ muss echt eine unheimlich tolle Hose angehabt haben. Ja, das ist Schlagfertigkeit, das macht Spaß. Ich hoffe, ich konnte dir wieder eine kleine Idee geben für deinen Vertriebsalltag, die dich noch effektiver werden lässt. Ein kleines Werkzeug in deinem Werkzeugkasten der Verkaufstechniken. Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, denn ich glaube, damit erhöhst du einfach die Erfolgswahrscheinlichkeiten. Das gibt dir keine Garantien. Aber, ne, du...